Willkommen in der Schnapsbrennerei und Essigmanufaktur Alois Gölles. In den nächsten Minuten wollen wir Ihnen einen Einblick in die Welt der edelsauren Fruchtigkeit und der eleganten Quintessensen geben. Wir nähern uns der Schnapsbrennerei und Essigmanufaktur Alois Gölles aus der Luft und wir blicken dabei auf das weite, grüne Land voll Fruchtbarkeit, das sich rund um die Riegersburg erstreckt. Riegersburg liegt inmitten des starischen Obstlandes, in dem ein Großteil der Obsternte Österreichs eingebracht wird. Weit mehr als die Hälfte aller Äpfel Österreichs und etwa die Hälfte der österreichischen Pfirsichernte werden in den Obstgärten der Steiermark kultiviert. Mehr als zwei Drittel der gesamten Obstgartenfläche Österreichs befinden sich in der Steiermark. Die klimatischen Voraussetzungen und die Böden des starischen Obstlandes sind ideal für die Kultivierung von Edelobst, weshalb auch am Hof von Gölles schon vor vier Generationen ausgesuchte Apfel- und Birnengärten angelegt wurden. Wohlgeschmack aus der Natur lautet unsere Maxime und deshalb ist die Qualität der Früchte, die zur Veredelung gelangen, von entscheidender Bedeutung. Die Aromatik ausgewählter Sorten, die Reife und nicht zuletzt die Frische. Das gute Obst fährt keine langen Wege, bevor es bei Gölles zu feinem Essig oder herzhaften Edelbränden veredelt wird. Genau an dem Südosttank, an dem sich heute die Schnapsbrennerei und Essigmanufaktur Alois Gölles befindet, legte Alois Gölles Senior 1958 einen ersten Garten mit Apfelbäumen an. Die Landwirtschaft war damals noch eine gemischte mit Obstbau, Getreideanbau und Viehzucht, bis sich Alois Gölles 1979 auf die Produktion von Edelbränden und ab 1984 auf die Verfertigung feiner Essige spezialisierte. Mit dem Hintergrund einer Ausbildung an der höheren Bundesleeranstalt für Wein- und Obstbau in Klosterneuburg, mit fundierten Kenntnissen in der Genussmittelerzeugung und unter überwiegender Verwendung des Obstes aus den eigenen Gärten und der allernächsten Umgebung. Bei aller Vielfalt, es werden mehr als 15 verschiedene Obstsorten zu Essig vergoren oder zum Edelbrand destilliert, kommt doch dem Apfel eine besondere Bedeutung zu. Er ist die Grundlage des bekannten Balsam-Apfelessig und die Frucht, die zumindest drei Edelbränden, dem fast gelagerten alten Apfel, dem Obstler und dem Maschanska ein unverkennbares Aroma verleiht. Frisches, makelloses Obst aus den besten Gärten ist die Voraussetzung für reintönige, feine Essige und Edelbrände. Aber auch die Wahl der richtigen Sorten ist von größter Bedeutung. In der Steiermark findet man noch Früchte aus Streuobstlagen, wie beispielsweise die Hirschbirne oder wildgewachsene Vogelbeeren aus den Gebirgsregionen. Alte, in manchen Gegenden längst vergessene Sorten wie Maschanska-Apfel, Griecherl oder Saubirne können dem Edelbrand oder Essig ein geradezu bezauberndes Geschmacksgeflecht verleihen, weshalb man sich im Hause Gölles um die Erhaltung solcher Sorten ganz besonders bemüht. Die Grundlagen eines guten Obstessigs sind makellose, ausgereifte Früchte. Sie werden gereinigt, zerkleinert und auf die traditionelle Weise gepresst. Essig entsteht durch die sogenannte Essiggärung. Hierbei wird Alkohol mit Hilfe von Essigbakterien, früher auch Essigmutter genannt, gemeinsam mit Sauerstoff in Essigsäure umgewandelt. Dies ist ein sensibler Prozess, welcher genau kontrolliert und überwacht werden muss. Will man den billigsten Essig erzeugen, braucht man also nur den billigsten Alkohol zu suchen. Der billigste Alkohol ist der 96%ige Ethylalkohol. Dieser kostet nur ca. 1 Euro pro Liter. Verdünnt man diesen nun auf 5%, hat man Rohstoffkosten von ca. 5 Cent pro Liter. Man kann also sehr billig 1 Liter Essig herstellen. Der Nachteil dabei, es handelt sich um nahezu reine Essigsäure und diese ist scharf, aggressiv und ätzend. Hochwertiger Essig hingegen wird ohne Zugabe vom Fremdalkohol gewonnen. Rein aus der Frucht, durch die natürliche Vergehrung. Nimmt man z.B. Apfelsaft, vergehrt dieser zu Apfelwein. Der Apfelwein zu Apfelessig. So gewonnener Essig hat neben der Essigsäure noch viele andere wertbestimmende Inhaltsstoffe, wie z.B. Mineralstoffe, Extraktstoffe, Fruchtsäuren und Aromen. Diese machen den Essig weicher, milder und bekömmlicher. Bei der Erzeugung von kulinarisch hochwertigem Essig steht keineswegs die Ausbeute an Essigsäure im Vordergrund. Vielmehr wird ein ausgewogenes Geschmacksgeflecht an fruchtigen und duftigen Aromen angestrebt. Große Bedeutung kommt dabei dem Reifeprozess zu, denn nur mit der Zeit wird die Säure des Essigs gemildert und angenehm eingebunden in ein Ensemble an delikaten und sortentypischen Geschmacksnuancen, die den Essig erst zum Genussmittel werden lassen. Die klassischen Essige lagern 3-4 Jahre. Dabei verdunstet ein Teil des Wassers und der Essigsäure. Die Extraktstoffe treten mehr in den Vordergrund und durch Oxidation wird der Essig harmonischer, wird mit zunehmender Reife immer weicher, milder, runder und bekömmlicher. Essige mit zarten Fruchtaromen wie Himbeere oder Paradeiser lagern ausschließlich in Edelstahlbehältern, damit das einzigartig fruchttypische Aroma nicht durch Oxidation verfälscht wird. Im Sortiment der Essigmanufaktur Gölles kommt dem Balsamessigen eine besondere Bedeutung zu. Nach der Methode des Aceto Balsamico Traditionale entwickelte Alois Gölles Anfang der 80er Jahre einen Balsamessig aus Apfelmost, der die Süße und Fruchtigkeit der steirischen Äpfel hervorragend zum Ausdruck bringt. Dafür wird der Apfelsaft durch Einkochen konzentriert und erst dann vergoren. Der auf diese Weise gewonnene Essig reift mindestens 8 bis 10 Jahre, bis er am Ende eine besondere Dichte, Süße und Komplexität gewonnen hat. Balsamapfelessig von Alois Gölles ist eine außerordentliche Delikatesse und Rarität, die von großen Köchen gerne zur Vollendung ihrer Kreationen verwendet wird. Die Essigmanufaktur Alois Gölles bietet ein großes Sortiment an edlen Essigen, damit die Gerichte der klassischen Küche noch besser gelingen und kreative Köchinnen und Köche auf stets neue und köstliche Ideen kommen.